Im Nordosten Nordrhein-Westfalens, in Espelkamp, legte Paul Gauselmann 1957 den Grundstein für ein Unternehmen, das in mehr als 50 Jahren zu einem international tätigen Konzern herangewachsen ist. Die lachende Merkursonne, das Markenzeichen der Gauselmann-Gruppe, ist seit Jahrzehnten der Garant für modernstes Freizeit-Entertainment auf höchstem nationalen und internationalen Niveau. Hohe Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit klarer Fokussierung auf die Kernkompetenzen bestimmen das erfolgreiche Wachstum des international tätigen Unternehmens. Das gesamte Geschäftsvolumen der verschiedenen Unternehmensbereiche liegt dabei seit Jahren über einer Milliarde Euro. International tragen rund 6000 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit stetig steigender Pendenz mit ihrer Kreativität, Flexibilität und Leistungsbereitschaft zum Unternehmenserfolg bei. Die unternehmerischen Aktivitäten gliedern sich in drei große Bereiche. Erster Bereich, die Merkursäule. Europaweite Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb für Unterhaltungsspielgeräte mit und ohne Geldgewinnmöglichkeit und Geldmanagementsysteme. Zweitens Spielotheksäule, europaweites Entertainment, drittens neue Geschäftsfelder, Sportwetten und internetbasiertes Spiel- und Gewinnspiele. Erstens die Merkursäule. Europaweite Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb für Unterhaltungsspielgeräte mit und ohne Geldgewinnmöglichkeit sowie Geldmanagementsysteme. Die Unternehmen der Merkursäule sind für den deutschen Markt seit mehr als 30 Jahren Trendsetter der Branche und gestalten aktiv die Zukunft der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft. Maßgebliche Erfolgsgaranten für die Spielemacher aus Ostwestfalen sind nicht nur die langjährige Erfahrung am Markt und die außergewöhnliche Entwicklungskompetenz. Es ist vor allem das richtige Gespür für die Bedürfnisse der Automatenunternehmer und der Spielgäste. Als erstes Unternehmen der Unterhaltungsautomatenbranche hat sich die Gauselmann-Gruppe erfolgreich in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service und Logistik der umfangreichen Prüfungen einer TÜV-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 unterzogen, womit eine stets exzellente Qualität gewährleistet ist. Die systematische Erschließung der europäischen und internationalen Märkte ist ein weiteres sehr wichtiges Feld der Merkursäule. Durch die Anpassung bewährter Spiele, die konsequente Weiterentwicklung und die Entwicklung ganz neuer länderspezifischer Gerätegenerationen erobert Merkur Gaming zunehmend die internationalen Märkte. Der hohe Spielspaß in deutscher Qualität, vereint mit einer mächtigen Produktflexibilität, begeistert auch internationale Kunden. Der Bereich Geldwechsel und Zahlungssysteme ist der dritte wichtige Bereich der Merkursäule. Kunden sind dabei nicht nur Spielstätten und Casinos. Banken und Kreditinstitute zählen genauso dazu wie Zahlungssysteme für kommunale Einrichtungen und den öffentlichen Bereich. Produkte von GWT und HESS sind heute weltweit in über 50 Ländern im Einsatz. Zweiter Unternehmensbereich, die Spielotheksäule, europaweites Entertainment. Was 1974 in Delmenhorst mit der ersten modernen deutschen Spielstätte in Form der Merkur-Spielothek begann, wurde bis heute mit über 200 Standorten in Deutschland erfolgreich fortgeführt. Das marktführende Zukunftskonzept verbindet hochmoderne Entertainment-Center mit unverwechselbarem Ambiente und perfektem Service. In den Spielstätten der Gauselmann-Gruppe werden nicht nur Trends geboren, sondern auch Vorbilder für das ganze Land geschaffen. Dieses beliebte Konzept setzt seinen Erfolgsweg durch Europa fort. Immer mehr Menschen möchten in den Genuss dieses erstklassigen Spieleangebotes kommen. Mit einladendem Ambiente und freundlichen, geschulten Mitarbeitern setzt sich das Konzept europaweit durch. In Europa gibt es bereits 150 Standorte mit steigender Tendenz. Drittens neue Geschäftsfelder, Sportwetten und internetbasiertes Spiel- und Gewinnspiele. Der Geschäftsbereich neue Geschäftsfelder bildet die dritte wichtige Säule und umfasst neben den Aktivitäten im Bereich Sportwette auch Entwicklungen im Bereich internetbasierte Spiel- und Gewinnspiele. Mit dem Erwerb von Lizenzen für 76 Wettbüros mit integrierter Spielstätte und 157 Wettannahmestellen sowie der Lizenz für das internetbasierte Sportwettgeschäft wurde Ende 2006 auf das liberalisierte und privatisierte Sportwettengeschäft in Italien reagiert. Innerhalb von 18 Monaten wurde nicht nur ein völlig neues und innovatives Konzept entwickelt und geplant, es wurde auch an den über 230 Standorten komplett aufgebaut und spielfertig eingerichtet. Es beweist aufs Neue das Gespür für einmaliges Ambiente, herausragenden Spielspaß für jeden Geschmack und den Willen durch Top-Service und Spitzenleistung neue Märkte erfolgreich zu erobern. D España D er absorbed nach Kathryn D er gleich D Ecir D Eir Despedinte